Hallo und Willkommen zur nächsten Runde Waffenmeister hier in Battlefield 3 Und wir starten auch gleich wieder hier rein Das ist übrigens die Donja Festung Und wenn ich da diese Map bin ich generell nicht so gut Also... Naja... Vielleicht kriegen wir da ein paar Kills hin Hm hm Ach komm Ich bin schon so blind Darf es doch nicht geben So Jetzt erstmal hier ein paar Kills abstauben Gut Was hilft Wieso habe ich immer so Pech? Hilft bei Kills schon wieder Irgendwie bin ich heute blind Steht der da 10 Sekunden vor mir Ich KP es nicht Wir sind immer noch bei den ersten Waffen und haben noch keinen einzigen Kill Das tut der KD natürlich nicht gut Oder generell diese Spielmodus Ich meine hier kann mir ja nur die Kaliver schlechtern Wenn man hier eine ausgeglichene KD hat Dann... War man schon gut Kann man von Erfolge reden Hm... Nicht mal die Hallo... Ach komm Heftig stell mich heute so dumm an Heftig stell mich heute so dumm an Und wieder rein So... Okay... Hm... Das war jetzt so klar Echt... Das war jetzt so klar Das war jetzt so klar Echt... Echt... Das war so klar Ja, Kompliktbonus 40 Wo ist denn da hin? Hm. Okay, hat er ihn? Ja. Da geht er total ab. Okay, komm. Ach komm, sogar mit der Shotgun. Ah. Dann hätte ich jetzt eigentlich die Pistole richtig schön treffen können. Und runter. Ja. Okay. Immerhin sind wir jetzt schon bei der zweiten Waffe. Vermutlich sind wir noch letzter. Wenn ich mal zu raten darf. Ach komm. Heute spielt Pech und keine Ahnung was alles noch zusammen. Wo sind sie denn? Ja genau, Shotgun. Das macht doch keinen Spaß hier. Ne, das war einer von uns. Da oben ist doch jemand. Da sehen wir unsere Leute. Ja genau. Ja genau. Von hinten. Sicher doch. Ich will mir gar nicht die KD ansehen, denn ich habe erst zwei Kills. Ich habe keine Ahnung wie viele hundertmal gestorben. Ich habe keine Ahnung wie viele andere. Ist hier jemand? Neee. Was sind denn die alle? Ich wette, ich komme sicher gleich wieder... Ja genau. Ich wollte gerade sagen, hier kommt sicher gleich wieder einer mit einer Schlottkern, damit ich mit einem Schuss kriege. Und was ist passiert? Komm schon. Treffen wir auch nicht. Hm. 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 Ich finde schon langsam mal lustig, wie ich ehrlich hier ablose. Ablose. Ach komm. Lass mir doch eine Chance. Aber nee. Ja genau. Der sieht mich schießt und trifft. Ja. Doch klar. Hm. Hier irgendwo. Gegner. Hallo. So. Dann sterben wir. Und die Runde ist vorbei. Ja. 26 davon 32. Ja. Sind wir nicht ganz letzter. Aber auch nicht genau die besten. Ja. Wenn euch diese Runde gefallen hat. Was ich nicht glaube. Dann könnt ihr mir unbedingt eine Bewertung hier lassen. Und mir auch in die Kommentare schreiben, was ich besser machen kann an meinen Videos. Und ja. Wo ihr auch immer Lust habt. Dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal und tschau. Von bis zum den Tag!